Musik Vom Donaudelta zurück durch die Südkarpaten nach Sinaya Das Kloster Sinaya, das nach dem Park Sinai im heutigen Ägypten benannt wurde, stellt den historischen Ursprung der Stadt Sinaya dar. In der 1695 gegründeten Anlage leben heute noch ca. 20 rumänisch-orthodoxe Mönche. Musik Musik Das sehenswerte Kloster ist auch von innen imposant. Musik 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 Nordwestlich und gut zu Fuß erreichbar liegt das Schloss Peles, das zwischen 1873 und 1883 für König Karl I. von Rumänien erbaut wurde. Musik Es diente bis zum Tod des Königs im Jahr 1914 als dessen Sommerresidenz und galt als dessen Lieblingsschloss. Musik Mit einem neugierigen und zutraulichen Fuchs endet dieser Tag in Rumänien. Musik 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 Vielen Dank.